ARD Text im Auftrag von Funk Du bist dumm alter und er säuft auch ab Junge So schön Das wird nichts, weil jetzt kommen sie schon von hinten E 100 Der steht aber auch immer noch nicht alleine Guni Guni Moin Da ist halt auch noch der Ne, der Medi ist weg Ne Ne Das ist jetzt nicht passiert alter Das ist jetzt nicht Ne Alter Was ist das denn? Hallo? Oh Super Hallo Oh Gott Was war denn das? Heh Heh Hehh 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 Streitigkeit, überraschende Versöhnung, leeres Nest, Ruhestand, Enkelkind, Enkelkind, Enkelkind. Genauso. Altersheim und schließlich sterbt ihr gemeinsam und werdet zusammen begraben wie diese tausend Jahre alten Skelette, die in Rom ausgegraben wurden. Kommt das so ungefähr hin? Ja. Da ist einfach so ein, keine Ahnung, was für ein Klapsspaten da drin sitzen. Ein Einäugigen oder so. Wenn Blindside hat, die größer ist als Nordpol. Kann das gerade alles nicht mehr. Ihr macht mich fertig, Leute. Ihr macht mich sowas von fertig. Darauf die Woche rauskommen. Ja, hallo? Ja, da, Kowalski. Hallo. Wie bitte? Nichts. Alles gut. Alles gut? Ja. Okay, das ist schön. Warum lachen sie nicht so? Ich habe hier gerade was Wittiges gedehnt. Okay, alles klar. Ähm. Ich hätte eine Rechnung. Das Lim. Dein Auto? Dein Auto. Nee, also das hier, ist das dein Auto oder? Nee, ist der oben vom Wegewerk. Achso, verstehe. Hm. Okay. Aber bitte nicht Engels eingestellt. Der sieht nur auf dem linken Auge, das geht schief. Das sei nur halbelegte Pizza, Digger. Oh. Oh. Hahaha. 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 Bei uns gibt es Special Pizza-Alb-Beleg. Engels ist persönlich. Okay. Ausdesignte Pizza, Junge. Hahaha. Pff. Hahaha. Was ist denn los, Alter? Ich stelle mir das auch gerade so bildlich vor, Junge. Hahaha. Famfannerich? Hallo? Hallo? Oh, der tut ihn wieder. Hallo? Hannes! Grüß dich! Hey, na? Hey, Hannes und Sally. Sally, ich wollte fragen, redest du wieder mit mir? Nicht, wenn ich nicht muss. Oh! Äh, gut, dann musst du halt jetzt. Warum? Ich bin Erdmar Rauch. Wiederhören. Hannes, jetzt mach ich mal. Hannes! Ja, der verbisst das nicht wieder. Es gibt Sachen. Was denn? Wollt doch was von ihr? Ich will eure Liebshaften nie mitkriegen. Nee, 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 das ist so tot. Einen Augenblick bitte. Mein System ist gerade nicht so schnell. Ja, alles gut. Wie viel waren es? 35.000. 200. Wann das genau? Ja, bitte schön. Dankeschön. Kann ich sonst noch was Gutes tun? Ist das los bei Ihnen? Hat sie gerade hier mal ein Lachanfall oder was? Nein, nein. Nein, alles gut? Ja. Okay. Hab gerade knapp Atmung, hier ist glaube ich ein Elefant gerade durch die Leitung gegangen. Ah, alles klar. Ja, wenn Sie das sagen. Ansonsten kann ich Ihnen noch was Gutes tun? Nee, alles gut. Hervorragend. Ja, dann gibt es Ihnen noch ein schönes Haus, ne? Das wünsche ich Ihnen auch, Herr Kowalski. Jo, tschüss. Jetzt habe ich noch Zeit. Jetzt hast du noch Zeit, genau das ist doch super. Ja. Wir ließen das aus, willst du vorbeikommen? Wollen wir eine Runde reiten, wir beide? Ah, nee, so viel Zeit habe ich jetzt auch. Also ich habe schon noch viel zu tun. Lass mich dein Cowboy sein, Delly. Hast du Pferde? Wer redet denn von Pferde? Ich rede von Reiten. Achso, nö. Entschuldigung. M. Das war ein Korb, glaube ich. Äh. Äh. Überfordert mit der Situation. Wie, ey. Er könnten uns dann nicht reiten wollen, das ist ja wieder typisch. Also da, oh Gott. Das kam von dir. Was? Der Kuss, muss ich jetzt sagen. Ja komm, du hast den erwidert. Ja. Ja. Ja gut, also, aber hast du denn Pferde? Ich habe auch Pferde, ja. Hast du die beim Unternehmer gekauft? Ja, ne, musst du ja. Ja. Haben die coole Namen bekommen? Ja, eins heißt sogar Sally. Ehrlich? Einfach nur Sally? Ich habe auch Pferde, ja. 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 Vielen Dank.